Seid gegrüßt und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Ich möchte euch heute gerne Fisbins Schatzkammer der Drachen vorstellen. Dazu ganz kurz vorweg, hier die deutsche Version des Buches ist ein Rezensionsexemplar, das uns von Wizards of the Coast zur Verfügung gestellt worden ist, während es sich hier um die Collectors Edition handelt. Die ist uns nicht zugeschickt worden, das ist eine Privatanschaffung. Allerdings finde ich das Cover so toll, dass ich euch das gerne auch einmal präsentieren wollte. Und ich werde euch jetzt einen Überblick geben über das, was in dem Buch so drin ist. Dabei werden wir auch ein bisschen Blick direkt ins Buch werfen. Und am Ende werde ich euch das Inhaltsverzeichnis einmal einblenden. Da könnt ihr das Video zum Beispiel auch gerne kurz pausieren, um zu schauen, was genau an verschiedenen Punkten in dem Buch drin ist. Und das hilft euch dann vielleicht auch nochmal bei der Entscheidung, ob dieses Buch etwas für euch ist oder nicht. Und das werden wir auch ein bisschen während dieses Überblickes herausarbeiten. Und fangen damit direkt an, indem wir mal einsteigen in das, was da so drin ist. Und den Anfang des Buches bilden die Charakteroptionen. Also haben wir hier an spielergerichtete Regelsachen. Und wir schauen dann hier mal rein, wie das Ganze so im Buch aussieht. Ich hoffe, dass das alles schön im Bild ist. Tisch ist breiter geworden. Und wie gesagt, am Anfang haben wir direkt für die Charakterstellung neuer Sachen. Und wir fangen an mit einer neuen Speziesoption, beziehungsweise mit einer überarbeiteten Speziesoption, nämlich den Drachenblütigen. Das war mechanisch ja eine der schwächsten der Spezies im Spielerhandbuch. Und diese Überarbeitung überarbeitet das Ganze ein wenig. Wir haben zum Beispiel jetzt, dass die Odemwaffe häufiger eingesetzt werden kann und als Teil der Angriffsaktionen benutzt werden kann, was dann für gerade Kämpferklassen mit extra Angriffen und so weiter das Ganze viel praktischer in der Anwendung macht. Außerdem gibt es jetzt anstatt nur chromatischer und metallener auch die Edelsteindrachenblütigen. Ein kleiner Hinweis darauf, was im Buch noch kommt, denn wir haben hier eine neue Sorte von Drachen im Buch. Die Edelsteindrachen, die wieder in der fünften Edition dann jetzt zurückkehren. Neben dieser Überarbeitung der Drachenblütigen gibt es ganze zwei neue Unterklassenoptionen. Zum einen für den Mönch, den Weg des Drachenahnen. Das ist eine Klasse für den Mönch, wo ihr dann eben unter anderem einen Drachenatem einsetzen könnt, um Flächenangriffe durchzuführen und auch kurzzeitig zu fliegen. Und wir haben den Waldläufer Drachlingwächter. Das ist eine Petklasse, also mit einem Begleiter, ganz ähnlich dem Herrn der Tiere im Spielerhandbuch. Und statt den Bestien, die der haben kann, kann der hier eben einen Drachlinggefährten bekommen, der im Laufe der Zeit noch wächst und eventuell auch als Flugreittier eingesetzt werden kann. Es gibt eine kleine Menge an Talenten, ganze drei Stück bezogen auf die verschiedenen Drachensorten, sowie ganze sieben Zauber. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch die spielergerichteten Teile des Buches durch. Ja, tatsächlich. Zwar kommen jetzt hier noch magische Gegenstände, aber auch die sind natürlich eher für Spielleiter interessant. Und ihr seht es schon an der Anzahl dieser Optionen. Dieses Buch ist nicht für Spieler gedacht, auch wenn diese Spieleoptionen dazu verleiten sollen, vielleicht auch als Spieler sich dieses Buch zuzulegen. Davon kann ich tatsächlich nur abraten. Dazu ist ja überhaupt nicht genug Inhalt vorhanden. Ihr braucht sowieso einen Spielleiter zum Spielen und der kann euch die Sachen auch zur Verfügung stellen, wenn ihr dieses Buch besitzt. Die Drachenblütigen, die überarbeitet sind, sind wirklich besser und auch interessanter von den Fähigkeiten her als die Spezies im Spielerhandbuch. Ich würde also Leuten, die Drachengeborene, Drachenblütige auf offiziell Deutsch spielen wollen, immer empfehlen, diese Variante zu nehmen. Und die neuen Spieleoptionen sind gut, aber nichts extrem herausragendes, vor allem nicht von der Menge her ausreichend, um zu sagen, deswegen kaufe ich mir ein 40-Euro-Buch. Die Sachen sind aber an sich nett. Die Zauber sind auch gut, aber auch sieben Zauber, das ist etwas, dafür lohnt sich das nicht, sich das extra zuzulegen. Es ist aber cool, dass es drin ist. Und keine Sorge, das fängt jetzt so an, aber das heißt, der Rest des Buches richtet sich tatsächlich ganz, ganz ausschließlich und direkt an Spielleiter. Und von diesen Büchern gibt es ehrlich gesagt sowieso zu wenig. Und die Qualität von diesen Sachen, die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an, indem wir einfach mal durch die weiteren Kapitel durchblättern. Das nächste Kapitel bezieht sich dann tatsächlich auf Drachen im Spiel und enthält viele Tipps dazu, wie Drachen in eure Kampagne eingearbeitet sein können. Nämlich zum Beispiel, ob es sich um ein Monster handelt, das besiegt werden muss, oder einen Antagonisten für die ganze Kampagne, ob er als Gott auftritt, als Kraft im Hintergrund, und so weiter und so fort. Ich weiß, dass ich das oft sage. Wir blättern einfach mal auch durch dieses Kapitel durch. Und das machen wir dann auch mal direkt. Aber ganz kurz vorneweg natürlich noch, bei den magischen Gegenständen, die vorher gelistet sind, ist eine neue Sorte dabei, nämlich sogenannte Hortgegenstände. Das entspricht so ein bisschen, wer Critical Role verfolgt, Gegenstände, die halt in der Macht steigen können, oder sinken in dem Fall. Das sind einfach Gegenstände, die mehrere Stufen haben, vier um genau zu sein, und dadurch, wenn man das Ganze ein bisschen abwandelt, zum Beispiel auch als quasi mitlevelnde Gegenstände verwendet werden können. Die können dann, je länger sie in einem Hort gelegen haben, umso mächtiger sein, und wenn sie aus dem Hort entfernt werden, und nicht direkt von einer Person eben verwendet, in Form von den Attunements, also von den Einstimmungsprozessen, können dann nach und nach ihre Macht wieder verlieren. Vor allen Dingen dienen sie aber, wie gesagt, als stufenweise verstärkbare magische Gegenstände. Dazu gibt es noch ein paar drakonische Namen, also nicht Gegenstandsbelohnungen, die man den Spielern für bestimmte Dinge geben kann. Aber, wie gesagt, wir kommen zum Herzstück dieses ganzen Buches, abgesehen vom Bestiarium ganz hinten, und das ist das Kapitel 3 Drachen im Spiel, und das folgende Kapitel Drakonomikon, da kommen wir dann gleich zu. Bei Drachen im Spiel, wie gesagt, das ist eine Hülle und Fülle an Tipps, wie ihr einen Drachen ausgestalten könnt, wie die charakterlich eingestellt sein können, und das ist eine Ideengebepartie, genau wie Taschas sowas zum Teil drin hat, für Gegenden zum Beispiel, mit Tabellen, auf die ihr würfeln könnt, oder die ihr als Inspirationsquelle benutzen könnt, ich finde übrigens auch die Bilder von den Drachen hier sehr schön, und dann auch, wie die Drachen eingesetzt werden können, was ihre Ziele sein könnten, je nach Altersstufe, und was zum Beispiel beim Tod des Drachen geschehen kann, wenn sein Hort sich wieder zurückentwickelt, oder der Todeskampf des Drachen, wie sich das auswirken kann, wie sie verbunden sein könnten, als Götter fungieren, verschiedene Drachenorganisationen mit verschiedenen Arten und Atmosphären, die sie in einer Kampagne vermitteln können. Das ist alles dazu da, euch Anreize und Ansätze zu geben, von denen aus ihr dann eure eigenen Kampagnen entwickeln könnt, und das ist etwas, was mir in der fünften Edition bisher ja noch tatsächlich gefehlt hat, und ich hoffe, dass es mehr davon gibt, und vielleicht auch noch was etwas allgemeiner anwendbares, denn natürlich ist das ja alles drachenbezogen, wenn ihr nicht mit Drachen arbeiten wollt, könnt ihr hier trotzdem ein bisschen was herausziehen, Inspiration dafür bekommen, wie man bestimmte Dinge entwickelt, aber dann ist es natürlich sehr viel begrenzter einsetzbar, wie ist die Begegnung mit Drachen, wie sich das auswirken kann, Drachen als Monster, was ich eben schon gesagt habe, wie sie diese verschiedenen Arten von Gegnern oder auch Verbündeten in Kampagnen einnehmen können, und das ist, wie gesagt, ein sehr schönes Kapitel, um eure kreativen Säfte in Wallung zu bringen, aber das für mich beste Kapitel des Buches, aus Sicht eines Spielleiters, das folgt direkt im Anschluss, nachdem man einmal durch die magischen Horte durch ist, also hier wird euch auch geholfen, wenn ihr einen Hort zusammenstellen wollt, je nach Alterskategorie des Drachen, was drin sein sollte, die verschiedenen Sorten haben auch verschiedene Schwerpunkte, sagen wir mal. Das Draconomicon ist eine insofern seltsame Sache, als dass ich sage, dass es mir am besten gefällt, und gleichzeitig sind es die spezifischsten Einträge, von denen ihr garantiert nicht alles werdet verwenden können, und das liegt daran, dass hier für jeden einzelnen Drachen, der in diesem Buch irgendwie erwähnt wird, eine eigene Kategorie existiert, die auf seinen Charakter eingeht, hier sehen wir das am Beispiel des Amethystdrachen, wie könnten seine Charaktereigenschaften aussehen, welche Abenteuerideen könnten euch in Konflikt mit diesem Drachen bringen, oder ihn vielleicht auch anderweitig in die Geschichte einbauen, wie sollte sich sein Hort zusammensetzen, also was sammelt er im Speziellen, es gibt eine Karte, die ihr nutzen könnt für den Drachenhort, und es gibt außerdem, wie sich dieser Hort auf seine Umgegend, eine magische Atmosphäre, wie sich zum Beispiel durch einen grünen Drachen der Wald drumherum verwildert und so weiter, sowas steht hier, es gibt auch zusätzlich mechanisch weitere Hortaktionen, oder regionale Effekte, die ihr einarbeiten könnt, in die Auseinandersetzung mit dem Drachen, und wie gesagt auch, was für bestimmte Gegenstände, je nach Drachensorte, dann zu finden sind. Und dieser ganze Abschnitt, das ist ein echt, echt großer Teil des Buches, der sicherlich ungefähr ein Drittel des Buches einnimmt, und ihr benutzt natürlich nicht 10.000 verschiedene Drachen, erst recht nicht, damit er auch einen ordentlichen Hort hat, die ganzen ausgewachsenen Drachen, also es wäre auf jeden Fall eine sehr spezifische Kampagne, aber gleichzeitig, sobald ihr einen Drachen verwendet, sind diese Einträge wirklich, wirklich gut, um euch zu helfen. Ich habe selbst auch schon für den grünen Drachen hier drin mir Inspiration geholt und das Ganze verwendet, um ihn ein bisschen mehr auszugestalten und ihm mehr Persönlichkeit zu geben, und das hat sehr gut funktioniert. Und das Lustige daran ist, das steht in einem totalen Kontrast zu dem, was ich über die Spelljammer-Schiffe zu sagen hätte, in der Drei-Bücher-Box zu Spelljammer, dazu hatte ich mal überlegt, ein Video zu machen, ich hatte auch schon einen Rohschnitt, habe es dann erstmal gelassen, weil es sowieso nicht auf Deutsch angekündigt ist, und ja, es gibt auch nicht so viele tolle Sachen dazu zu sagen. Das Produkt hat seine Probleme, muss ich vorsichtig sagen, und da zum Beispiel ist einer meiner größten Kritikpunkte, dass das eine Buch zur Hälfte aus Karten und Beschreibungen von Schiffen besteht, also von diesen Weltraum-Segelschiffen, die zum Spelljammer-Setting gehören, und hier ist im Prinzip ja was Ähnliches drin, wir haben nämlich, ein Drittel des Buches sind die Horte von Drachen, eine Beschreibung, wie diese Horte ausgestaltet sein könnten, es gibt eine Karte für jeden Hort, es steht drin, was für Schätze sich in diesem Hort befinden könnten, und es gibt diese Regionaleffekte. Jetzt wiederhole ich natürlich, was ich gerade schon gesagt habe, mein Punkt ist, dass das ein ganz ähnlicher Ansatz ist, ein ganz ähnliches Konzept, aber hier ist die Ausarbeitung so, dass ich denke, jawohl, damit kann ich was anfangen, das kann ich gebrauchen, und selbst wenn ich davon natürlich nur ein, zwei oder drei in absehbarer Zeit mal brauche, und das ist, wenn ich regelmäßig spiele, das, was ich bekomme für das Spezifische, das fühlt sich richtig gut an, und ich habe das Gefühl, dass es hilfreich für mich war, im Gegensatz zu den Spelljammer-Schiffen, die dann doch irgendwie ineinander gehen, und natürlich auch wirklich einfach nur letzten Endes eine Schiffskarte sind, hier gehört natürlich dann noch jeweils deutlich mehr zu dem Eintrag, und eine Sache, die ich gar nicht so sehr herausgestellt habe, ist, dass wir hier natürlich auch noch viel mehr Drachen bekommen, wir bekommen nämlich die Edelsteindrachen dazu, von denen es eine gleiche Auswahl gibt, wie bei den chromatischen und bei den Metalldrachen, die allerdings nur etwas psionisch angelegt sind, also etwas andersartig in ihrer Atmosphäre, sozusagen die Neutralen auch zwischen den guten Metalldrachen, den bösen chromatischen Drachen, als generelle Einteilung, das ist hier drin, und die bekommen auch alle gleich diese gesamten zusätzlichen Hortaktionen, diese Beschreibungen, etc. Was das Buch noch enthält, und da gehen wir jetzt dann einfach mal zum Bestiarium weiter, ist neue Stufen, also der Ausbau der Drachenschildkröte zum Beispiel zu einem vollständigen Drachenwesen inklusive aller Altersstufen, und noch einige echt exotische andere Drachensorten. Und das Bestiarium fängt auch gleich mal mit einem dieser richtig exotischen Drachen an. Der ältesten Gehirndrache ist sicherlich ein Highlight des Bestiariums, denn hier haben wir einen ältesten Hirn von einer Gedankenschinder-Kolonie, das sind diese Aberrationen mit den Tentakeln, die Gehirne aussaugen können, sehr palpy in ihrer Anlegung, was auch ihre Kampagnenfunktion angeht, und dieses Wesen ist dann ein ältesten Hirn, das sich auf den Rücken eines Drachen geschwungen hat, sich in dessen Gehirn eingeklingt, eingebohrt hat und ihn hat mutieren lassen zu dieser neuen Kreatur. Und er hat dann zum Beispiel einen Angriffsatem, in dem er Hirnbrühe vollgestopft mit Illitidenlarven auf die Gegner spuckt, die dadurch infiziert werden können und wenn sie dann daran sterben, dass die ganzen Larven in sie eindringen, dann entstehen direkt neue Gedankenschinder und so weiter. Das Ding hat einen Herausforderungsgrad von 22, das ist richtig übel und auch richtig schön eklig. Ansonsten bekommt ihr hier die Stadtblöcke für die ganzen neuen Edelsteindrachen, natürlich in den verschiedenen Altersstufen, um sie in den verschiedenen Stufen des Spiels einsetzen zu können, jeweils mit einem schicken Artwork und noch so einige epische Sachen, Aspekt von Barm und Aspekt von Tierermatt. Schön, dass es das gibt. Der Stadtblock ist abgewandelt, der aus dem Abenteuer aus dem Alten, werden die wenigsten von euch wirklich in der Praxis mal einsetzen. Das Coole ist, dass es auch viele Drachenangrenzendinge gibt, zum Beispiel hier diesen Drachenrutschlick, die Drachenblüten sind einfach in PC-Blöcke oder diese Geschichten hier, Drachenfleischscheusal, da komme ich aber gleich darauf zurück, bei meiner kleinen Kritik hier ran. Also, wie gesagt, alles Drachenbezogen, die Draconiden auch nochmal als Highlight, die kennt man dann auch aus der Grün-Drachenkampagne, die ja demnächst auch auf Deutsch erscheinen wird. Verschiedene Formen von untoten Geistern, also untoten Drachen in Form von Geistern oder von Drachen, die sich entschieden haben, irgendwas zu bewachen und dann nur noch als Hülle existieren, die haben wir hier. Und auch für die Drachenschildkröte, wie gesagt, die fehlenden Aspekte, die verschiedenen Altersstufen und das gleiche auch für die Seeschlangen. Jetzt ist die Sache die, diese ganzen Studblöcke haben einen gewissen Bezug zum Thema Drachen. Aber, was mich daran stört ist, wenn man sich zum Beispiel hier diesen Drachenfleischscheu sei, wenn man sich das anschaut und sich den Studblock durchliest, das ist insgesamt ein interessanter Studblock, um hier im Spiel einzusetzen, das hat nur ein paar extra Eigenschaften, es hat verschiedene Aktionen, sodass da auch ein bisschen Abwechslung drin ist, das ist gut, also ich kritisiere gar nicht den Studblock an sich, was ich kritisiere ist, dass ich nicht so sehr das Gefühl habe, dass hier rauskommt, dass das was mit Drachen zwingend zu tun haben muss. Wir haben einen widerlichen Brodärm, da ist es so, dass von einem Gestank umgeben ist, okay, es hat einen Säureröpser, was hier ganz viele Kreaturen haben, sind Kegelangriffe, weil das eben bei Drachen so ist oder Linienangriffe, Säurespeinen, kann seinem Schwanz zuschlagen, seinen Klauen angreifen. Nichts daran schreit jetzt im Speziellen, warum das ein Drachenfleisch-Scheusal sein muss und nicht etwas Generischeres. Also im Prinzip letzten Endes so thematisch eingeordnet, damit es zum Buch passt und das gibt es tatsächlich relativ häufig bei einigen dieser Studblöcke. Das für die Drachen ist super, aber da ist es natürlich auch in der Natur der Sache, dass die Unterschiede zwischen einem Amethystdrachen und einem Kristalldrachen und einem Mondsteindrachen sich halt hauptsächlich natürlich im Odem finden. Ihr bekommt also viele Studblöcke, die sich in ihrer Konstruktion und in ihren Grundzügen sehr ähneln. Letztlich ist das ja auch nicht wirklich überraschend. Das ist ein Buch zu einem bestimmten Thema. Dementsprechend sollte natürlich das Bestiarium auch zu diesem Thema passen. Sorgt natürlich dafür, dass ihr das Problem habt, dass die Studblöcke, dadurch, dass sie zu einem Thema zusammengehören, nicht so abwechslungsreich sind, dass ihr in einer häufigeren Frequenz auf die Sachen zugreift, während ihr in eurer Kampagne vielleicht für Abwechslung sorgen wollt. Denn Drachen treiben einen nur so weit. Ab und zu soll es auch mal was anderes für die Spieler geben. Das ist jetzt gar nicht so sehr eine Kritik an dem Buch, sondern ergibt sich aus der Natur der Sache. Was uns jetzt aber mal zum Fazit selbst führt. Das Buch, wie gesagt, für Spieler ist das nicht. Wenn ihr nie Spielleiter seid, dann wird dieses Buch es nicht wert sein, für euch gekauft zu werden. Dazu ist das Preis-Leistungs- Verhältnis dann einfach viel, viel zu niedrig. Zwei Unterklassen, die ihr eventuell mal spielt, eine Spezies, die in Überarbeitung einer bekannten S7-Zauber, das ist klar. Das muss ich glaube ich niemandem weiter ans Herz legen. Für Spielleiter ist es so, ihr müsst halt wissen, ob ihr in Dungeons & Dragons mit Drachen arbeiten wollt. Also entweder habt ihr vor, einen Drachen richtig zentral in einer Geschichte einzusetzen oder vielleicht auch ab und zu in Abenteuern mehrere Drachen auftreten zu lassen oder anderweitig mit Drachen zu arbeiten, mit irgendwelchen drachenähnlichen Monstern zumindest. Also die Draconiden zum Beispiel da drin sind auch ganz interessant. Dann ist es ein Buch, das ich tatsächlich sehr empfehlen kann, weil es einfach das tut, was es soll. Ihr werdet hier zu Drachen jede Menge finden und es wird euch dabei helfen, gerade der Draconomicon-Abschnitt mit den Horten wird euch dabei helfen, euch viel Arbeit abnehmen, den Hort zu designen, die Lagerstätte meine ich, den Hort selbst aber natürlich auch mit den magischen Gegenständen beziehungsweise mit den Kunstgegenständen, die jeder Drache unterschiedlich bevorzugt. Also grüne Drachen zum Beispiel sammeln Kunstgegenstände und lassen die von Ranken umwachsen, während Edelsteindrachen jeweils ihre Edelsteinsorte natürlich super finden und so weiter. Und dafür ist das halt dann wirklich gut. Ihr müsst euch bewusst sein, wenn ihr euch das Buch zulegt, dass ihr nicht alles daraus jemals in eurem Leben verwenden werdet. Das ist punktuell sehr gut einsetzbar. Und da müsst ihr eben wissen, ob das für euch reicht, um das Geld dafür auszugeben. Das ist letzten Endes der entscheidende Punkt. Und gerade die Karten sind natürlich auch sehr schön für die verschiedenen Lagerstätten, weil die das Thema auch immer ganz gut mit einfangen. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, auf Deutsch gibt es D&D ja leider immer noch nur analog, weil D&D Beyond, das ist halt nur Englisch und PDFs oder sowas gibt es nicht. Das heißt, ihr kommt an die Karten auf Deutsch auch schlechter ran. Auf Beyond hättet ihr die Möglichkeit, die Karten einfach zu nehmen und dann entsprechend in der hohen Qualität einfach auszudrücken, nachdem ihr ein paar Anpassungen für die Rastergröße gemacht habt. Hier müsst ihr halt diese Seite letzten Endes abscannen, um sie dann zu verarbeiten, um dann eine größere Karte draus zu drucken. Das ist halt immer noch doof, was das Leben in der analogen deutschen Welt angeht. Und ich hoffe, dass es da bald ein paar Nachrichten gibt, denn Wizards will ja stärker aufs Digitale, stärker auf Beyond gehen und dann sollten sie die anderen Sprachen nicht vergessen. Ich warte da heiß auf irgendwelche Ankündigungen, was das angeht. Ja, und dann denke ich, dass das auch schon reicht für eine simple Übersicht über ein einzelnes Buch. Ist das Video wahrscheinlich sogar schon ein bisschen zu lang. Ich bereue es nicht, mir das Buch auch auf Englisch schon im Vorfeld zugelegt zu haben. Ich bin auch schon gespannt auf die Version für Riesen. Das ist ja angekündigt, dass ein Buch Big Bees irgendwas Riesen erscheinen wird. Noch dieses Jahr auf Englisch. Dementsprechend rechne ich dann kommendes Jahr mit der Veröffentlichung auf Deutsch, weil diese mechanischen Regelbücher, die werden in der Regel doch recht zügig übersetzt. Und ja, ich blende euch jetzt einmal noch das Inhaltsverzeichnis hier ein, wie angekündigt. Das könnt ihr dann gerne mal kurz pausieren und euch durchlesen. Und ansonsten, falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwas, was am Video besser sein könnte, Kritik gerne in den Kommentaren äußern. Ihr könnt auch gerne anderweitige Dinge äußern. Vielleicht habt ihr das Buch selbst schon und wollt eure eigene Meinung beitragen. Bitte sehr gerne, tut das in den Kommentaren. Dann können sich Zuschauer, die das später sehen, entsprechend noch eine umfassendere Meinung bilden. Ich möchte mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit bedanken. Hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag.